Klara Mia, die 376, wird vorgestellt von Rasmus Lüneburg, erstattet für den Reit- und Fahrverein Uetersen. Klara Mia, die 376, wird vorgestellt von Rasmus Lüneburg, erstattet für den Reit- und Fahrer. Klara Mia, die 376, wird vorgestellt von Rasmus Lüneburg, erstattet für den Reit- und Fahrer. Klara Mia, die 376, wird vorgestellt von Rasmus Lüneburg, erstattet für den Reit- und Fahrer.